Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin ordentlich unter Druck geraten, Long-Position von gestern aus dem Video wurde erstmal ausgestoppt, dass wir dann so tief runterfallen auf insgesamt 58.300 oder 58.400 US-Dollar. Hätte ich selber nicht mit gerechnet, aber gestern gab es dann massiven Abverkauf. Es hat weniger mit News zu tun, als dass die Stimmung gestern einfach ein bisschen gekippt ist. Mt. Gox hat bekannt gegeben im Juli, die ersten Bitcoin auszuzahlen bzw. auch Bitcoin Cash, ob das dann wirklich so kommen wird. Man weiß es nicht, aber es wurde angekündigt, was nochmal für zusätzlichen Verkaufsdruck gesorgt hat. Trotzdem, mit so einem Abverkauf habe ich gestern selber nicht gerechnet. Mittlerweile haben wir uns wieder leicht erholt auf 61.300 US-Dollar. Wie es jetzt weitergeht, wie wir uns jetzt momentan positionieren könnten, möglicherweise, schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Außerdem werfen wir natürlich einen Blick auf Ethereum und auf die anderen Märkte. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale habt, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Und wenn ihr das Ganze nachtraden wollt, dann kommt gerne auch zu BingX, meinem Partner oder meine Partnerbörse. Dort kriegt ihr momentan wieder ordentlich Bonus, wenn ihr KYC macht, wenn ihr 100 Dollar einzahlt. Und ihr könnt weiterhin, wenn ihr eure UID, also eure User-ID unten in die Kommentare reinschreibt, FreeTrades gewinnen. So, jetzt aber genug. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 61.300 US-Dollar. Starker Abverkauf gestern. Wenn wir uns das nochmal angucken, wie schnell es dann gestern runterging. Von unseren knapp 64.000 bis nach unten haben wir gestern Abverkauf von 8,7% bekommen. Lange nicht mehr so einen Abverkauf gesehen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat. Also erster Step war ja gestern hier die knapp 60.000 US-Dollar. Und wenn wir uns das Ganze mal auf dem Daily-Timeframe rangucken, ist das jetzt auch gestern nicht so wirklich bullish gewesen. Wir hatten zwar gerade so einen Close bei 60.250. Das können wir noch dazu sagen, dass es einigermaßen okay ist, dass wir hier unseren Close hatten. Weil wir eben kein tieferes Tief hier ungefähr gebildet haben. Beziehungsweise mit diesem WIG hier nicht gebildet haben. Dafür haben wir aber diese große Daily-Demand-Zone, also Daily-Support-Zone, erst einmal nach unten hin durchbrochen. Also so richtig bullish sieht das ehrlich gesagt momentan noch nicht aus. Und ich habe es gestern schon erwähnt, beziehungsweise auch schon die letzten Wochen immer wieder erwähnt, dass wir übergeordnet vor allem dieses große M-Pattern weiterhin hier ausbilden. Was eigentlich perfekt hier oben mit unserer Widerstandszone bei 72.000 US-Dollar übereinstimmt. Wir haben kein höheres Hoch mehr gebildet. Wir haben eigentlich ein perfektes Doppeltop derzeit mit ungefähr Neckline. Je nachdem wie wir sie hier ziehen, würde ich sogar behaupten, dass hier die 58.200 US-Dollar, das die wichtige Zone ist. Sollte diese gebrochen werden, das ist auch im Endeffekt unsere Range hier, dass wir dann sehr sehr wahrscheinlich in Richtung 52.000 bis 48.000 US-Dollar abverkauft werden. Das ist immer noch mein Worst-Case-Szenario für den Sommer. Das sage ich aber schon seit wir hier im Endeffekt diesen Anstieg hatten und das war Ende Februar. Seitdem sage ich, dass diese Zone hier unten auf jeden Fall eine Nachkaufzone für mich ist. Beziehungsweise, dass der End-Level-Support sein sollte für den Bullrun, sollten wir da drunter brechen. Dann sieht es schwierig aus mit nächstes Jahr Bullrun, aber wie gesagt, Sommer ist noch ein bisschen länger. Das heißt, wir könnten jetzt hier über die nächsten Tage und Wochen hier noch ein bisschen seitwärts gehen. Dann vielleicht im August nochmal einen deutlichen Abverkauf sehen, bevor wir dann Richtung Wahlen in den USA dann wirklich mit dem richtigen Bullrun starten. Und sollte Trump dann gewinnen mit der Liquidität, die dann in den Markt wahrscheinlich neu reinkommt. Und sollte das dann bis nächstes Jahr immer noch ein Bullrun-Szenario sein. Soviel zu den großen Timeframes. Gehen wir in die kleineren zurück, in den 4-Stunden-Timeframe. Wir haben den S1 Pivot gestern erst einmal getestet. Haben ja auch einen relativ großen WIC hinterlassen auf den 4-Stunden-Timeframe, auch auf den 1-Stunden-Timeframe. Gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht richtig gut. Massiver Widerstand ist hier oben, beziehungsweise Key-Level liegt so bei 63.000 bis 63.400 US-Dollar. Das wäre dann auch, sollten wir hier im Laufe des Tages nochmal hochkommen. Ein möglicher Short-Einstieg, weil hier eben sehr, sehr viel Widerstand ist. Und dann möglicherweise nochmal hier unten die 58.200 US-Dollar testen. Dann von hier aus eine Trendwende nach oben hin. Das wäre das Bullische, in Anführungszeichen, Szenario. Das negative Szenario würde jetzt bedeuten, erst einmal, dass wir unseren Long-Einstieg hier unten kriegen würden, bei 58.000 US-Dollar hier oben abgelehnt werden, bei eben diesen 63.000 US-Dollar und dann die Reise nach unten hin fortsetzen und dann wirklich irgendwann Richtung 52.000 beziehungsweise 48.000 US-Dollar nach unten hin klatschen. Momentan, hier würde ich jetzt erstmal gar nichts machen, nachdem der Trade gestern in die Hose gegangen ist. Erstmal ein bisschen Seitenlinie, kein Risiko fahren. Interessanterweise, wenn wir uns mal unten so ein bisschen das Volumen angucken, ich weiß nicht, ob ihr das relativ gut seht, bewegen wir uns derzeit immer in so kleinen Wellen. Volumen steigt ein, dann wieder runter. Und so war es im Endeffekt jetzt zuletzt auch. Volumen ist deutlich abgestiegen und dann kam dieser Abverkauf und jetzt geht das Volumen wieder langsam zurück. Also auch ein interessanter Faktor, dass wir nicht gleichbleibendes sehr, sehr hohes Volumen haben, sondern das momentan ziemlich wellenartig kommt. Ansonsten, wie gesagt, würde ich jetzt erstmal die Finger hier von lassen, beziehungsweise kein Risiko eingehen. Wir haben erstmal alle Ineffizienzen hier gefüllt. Die nächste liegt dann erst hier unten wirklich bei eben diesen 52.500 US-Dollar. 63.000 US-Dollar ist Key-Level. Sollten wir hier oben abgelehnt werden, sieht es übel aus und dann sieht es wirklich schlecht aus, dass wir hier erstmal weiter steigende Kurse sehen. Interessanter Fakt, weil gestern die Altcoins nicht wirklich gefallen sind, hat auch damit zu tun, weil die Bitcoin-Dominance gestern zum ersten Mal oder die letzten Tage schon etwas nach unten hingegangen ist. Ändert aber nichts daran, dass wir immer noch in unserem Aufwärtstrend-Kanal hier uns befinden. Das heißt, auch wenn jetzt viele gestern sagen, oh ja, die Altcoins sind ja jetzt gar nicht so dramatisch gefallen, die sind über Wochen und Monate gefallen, das ändert jetzt auch nichts, nur weil gestern Bitcoin mal ein bisschen stärker gefallen ist. Also da muss man schon vorsichtig sein. Bitcoin hat eine Range über Monate. Die Altcoins haben keine Range und fallen einfach ins Bodenlose. Und die Dominance auch weiterhin momentan zumindest noch alles im grünen Bereich. Also da mal die Kirche gerne im Dorf lassen. So, Ethereum hat den ersten Step hier zumindest gemacht. Die 3.240 US-Dollar bzw. 3.220 US-Dollar wurden gehittet, das erste Key-Level. Ich bin hier noch nicht long reingegangen, das werde ich dann aber beim nächsten Step, sollten wir hier nochmal runterkommen, werde ich dann hier auf jeden Fall die Long-Position eingehen. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass das Risk nämlich hier sehr, sehr hoch ist. Also wenn wir uns das mal angucken, das wären 5,5% gewesen, wäre mir ein bisschen viel gewesen. Ich warte hier wirklich auf die 3.170 grob, weil wir hier eben deutlich mehr Überschneidungen haben, die Ineffizienz werde gefüllt. Also auch hier lohnt sich, das Warten jetzt schon seit längerem, dass wir hier gesagt haben, okay, wir machen erstmal nichts, wir gehen nicht frühzeitig in irgendwelche Long-Positionen rein, sondern wir warten hier, bis unsere Key-Level bzw. bis unsere Ineffizienzen gefüllt werden. Ansonsten Altcoin-Markt relativ grün, aber gut, nach so schwachen Tagen und Wochen und Monaten ist das jetzt nicht wirklich sonderlich überraschend. Gold, keine Änderung, also hier können wir es kurz und knapp machen. Ich warte hier entweder weiterhin auf diesen kleineren Dump oder eben auf das Golden Pocket. Keine Änderung zu gestern. DAX pumpt komischerweise ziemlich dolle, auch seit gestern, da merkt man auch. Bitcoin momentan eher Risiko-Asset, wenn man mal so ein bisschen rausguckt, dass S&P 500, Nasdaq, DAX, alles steigt momentan. Sogar der Euro ist gestern gestiegen, kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Und Bitcoin fällt einfach 9%. Also da mal ein bisschen vorsichtig sein, dass das gestern vielleicht nur so ein kleines Washout war für zu frühe Long-Positionen. Ansonsten gehen wir noch über ganz kurz zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Da haben wir leider nicht unseren Einstieg bekommen bzw. haben wir kein tieferes Tief bekommen. Hier werde ich jetzt dann eher darauf spekulieren, nachdem unsere Short-Position noch läuft, dass wir dann hier im Laufe des Tages unsere Short-Position verdoppeln und dann hier oben nochmal einen neuen Entry kriegen. Ansonsten habe ich derzeit nichts auf dem Schirm, wo ich jetzt sagen würde, okay, da müssen wir oder können wir unbedingt rein. Ich warte jetzt erst einmal, wie so der Tag noch ein bisschen verläuft bei Bitcoin, wie es dort im Endeffekt weitergeht. Altcoins für mich weiterhin tabu. Gibt keine momentan, bis auf die, wo ich jetzt in den letzten zwei Videos mal vorgestellt habe, wo ich sagen würde, okay, da können wir mögliche Einstiege finden. Ansonsten beobachte ich den Markt erst einmal ein bisschen an der Seitenlinie. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe rein, könnt ihr jederzeit stellen. Ansonsten User-ID unten in die Kommentare reinschreiben, einen netten Kommentar für den Algo da lassen. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Würde ich mich freuen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, entspannten Tag. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao und wie immer. Stay critical. Ciao, ciao.